Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bereits 2020 haben wir in der Debatte zur Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes betont, dass der Verfassungsschutz eine scharfe Klinge des Rechtsstaats ist, die mit Präzision und Bedacht geführt werden muss. Der nun vorliegende Gesetzentwurf schärft diese Klinge nach. Doch bleibt sie weiterhin präzise? Erste Antworten finden wir bereits im Abschnitt Problem- und Regelungsbedürfnis des Entwurfs. Es wird ein Überarbeitungsbedarf festgestellt, der formal auf zwei Gerichtsentscheidungen basiert, die zwar keine direkte Wirkung auf Rheinland-Pfalz haben, aber inhaltlich berücksichtigt werden sollten. Inhaltlich wird das Überarbeitungsbedürfnis des Verfassungsschutzgesetzes zunächst mit der gestiegenen Bedrohung für Verfassungsschutzgüter durch fremde Mächte und religiösen Terror begründet. Dies ist Information aus Russland, Bedrohung durch islamistische Extremisten. Zumindest Letzteres bekommen die Menschen hier in Deutschland dank ihrer verfehlten Migrations- und Integrationspolitik ja regelmäßig zu spüren. Im zweiten Absatz kommt man dann zu Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, Reichsbürgern und Delegitimierern. Und beim Kampf gegen echten Extremismus, von welcher Seite auch immer, sind wir dabei, ihre inflationäre und missbräuchliche Verwendung der Begrifflichkeit des Rechtsextremismus, die Sie eben wieder den Beweis gestellt haben, die sehen wir allerdings kritisch. Und Ihre Erwähnung der Rechtspopulisten, also eben keiner Extremisten, in einem Gesetzentwurf zum Verfassungsschutzgesetz bestätigt uns in unserer Skepsis und zeigt, worum es Ihnen geht und was Ihre törichten Zwischenrufe eben wieder offenbart haben. Sie wollen den Verfassungsschutz zur Stigmatisierung politischer Gegner missbrauchen. Das zeigt sich auch, meine Damen und Herren, in der Erfindung des Phänomenbereichs der Delegitimation, der letztliche Regierungskritiker zu Staatsfeinden erklärt. Die Möglichkeit zur Kritik an der Regierung, auch überspitzter und polemischer Kritik, ist aber konstitutives Merkmal einer Demokratie und Unterscheidungsmerkmal von anderen Regierungssystemen, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, Herr Kollege Haller. Vom Extremisten, Herr Kollege Hain, über den politischen Wettbewerber bis hin zum Regierungskritiker werden hier verschiedene Personengruppen in einen Topf geworfen und für die Überarbeitung des Verfassungsschutzgesetzes als Begründung herangezogen. Linksextremismus mit keinem Wort erwähnt. Von der linken Seite des Hauses erwarte ich nichts anderes. CDU und Freiwähler enttäuschen dagegen mal wieder. Soll das die Marschrichtung sein? Auffällig ist auch, dass die Verfassung dieses Gesetzesentwurfs immer häufiger und nicht nur diesen Gesetzentwurf auf unbestimmte Rechtsbegriffe und andere inhaltlich nicht klar definierte und deshalb jederzeit interpretationsfähige Formulierungen und Wörtschopfungen zurückgreifen. Zum Beispiel den Rechtsfrieden, Paragraph 4 oder zum Hass aufstacheln in Paragraph 5. Solche wagen, definierbaren Begriffe in einem so wichtigen Gesetz wie dem Verfassungsschutzgesetz zu verankern, das schafft Möglichkeit zur Willkür und Unsicherheit beim Bürger und bei der Gesetzesanwendung. War dann alles zur Kritik, bietet die Neugestaltung eben jenes Paragraphen 5. Grundsätzlich ist die Einführung eines dreistufigen Systems zur Einordnung der Beobachtbedürftigkeit nach Maßgabe der einschlägigen Bundesverfassungsgerichtsentscheidung durchaus zu befürworten. Problematisch ist jedoch, dass im Urteil von Kannentscheidungen gesprochen wird, die im vorliegenden Gesetzentwurf aber direkt zu ist bzw. sind Einstufungen festgeschrieben werden. Aus der Möglichkeit zu einer höheren Einstufung wird also eine grundsätzliche Höherstufung, also eine Verschärfung, die so nicht vom Urteil gefördert wird und die Einzelfallbewertung vorab einschränkt. Kritisch sehen wir auch den geplanten Ausbau des Verfassungsschutzes zu einer Art Informationsstelle, Paragraph 7. Vor dem Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen und wie wir auch eben von Ihnen gehört haben, haben wir erhebliche Zweifel an der politischen Neutralität dieser Präventionsarbeit. Wie sagte ein gewisser Herr Haldenwang, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Aber er kann es ja versuchen, offensichtlich. Es gibt noch zahlreiche andere Punkte, die diesem Gesetzentwurf anzusprechen, aber dafür, meine Damen und Herren, fehlt leider die Redezeit. Dieser Gesetzentwurf schärft den Verfassungsschutz in einer Art, die vor dem Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen mit Ihnen eine missbräuchliche Anwendung gegen Oppositionen und Regierungskritiker befrüchten lässt, während linke Extremisten in der Praxisanwendung wohl weitestgehend unberührt bleiben werden. Da sind Sie wohl getroffen, Herr von Heusinger. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir fordern daher eine Expertenanhörung, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz auf verfassungsrechtliche Vereinbarkeit geprüft und mögliche Missbrauchsrisiken beseitigt werden. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.